hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von world of warcraft und ich habe keine ahnung wo unser figürchen da gerade hinguckt die ganze zeit ist interessant egal wir stehen hier auf jeden fall immer noch bei harvey wo wir letzte woche aufgehört haben wir haben da eine quest abzugeben und danach müssen wir wohl da rein für keine ahnung mehr sehen wir mal was soll ich mir aussuchen und das ist natürlich nicht schlecht geschäfte leben ja und hier nähren was nähren des jetzons erhöht die maximalen jetz um 10 was ist der nähren des jetzons das weiß ich nicht wir machen einfach mal die geschäfte leben zack wo aufgewertet ist das ist natürlich immer gut warum habe ich das jetzt aufgemacht das war quatsch wo sollst du ihn da rein ist in ordnung ein bisschen mehr macht ja so harvey was wolltest du jetzt von uns die hallen der tapferkeit erwarten euch besiegt den gottkönig skowald in den hallen der tapferkeit und sicher die eges von aggrammach und da kriegen wir antefakt macht für und nicht nicht besonders viel das ist wahrscheinlich eine dungeon quest er geht vor warum haben die allianz gleich ja ja bei gelegenheit denn die hallen der tapferkeit das ist mit ziemlicher sicherheit eine dungeon quest jawohl und ne das ist jetzt nicht ganz so angebracht was ich gerade sagen wollte warum sind die alis hier alle in orange ist interessant hat das was mit dem patch zu tun der ich glaube gestern rausgekommen ist ich habe keine ahnung na gut ja halben der tapferkeit wie gesagt dann ja quest lassen wir mal sein was haben wir denn sonst noch so haben doch sonst noch was belegte der vergangenheit aber noch dahinge okay dann gehen wir ein das kriegen wir hoff ich die sind ja glaube ich schon ein bisschen überfällig hatten wir schon mal nicht gemacht es sieht hier irgendwie so anders aus oder bilde ich mir das gerade ein hat der patch hier was gemacht irgendwie kommen wir die farben gerade komplett anders vor sieht schon cool aus aber kann auch sein das ist jetzt ändert sich auf normal wenn auch sein dass da irgendwas keine ahnung ich das anders im kopf habe oder so wer weiß ich spiele im moment so extrem selten ich spiele sowieso selten aber im moment so war einfach wau finde man keine worte dafür da briefkasten briefkasten brauche ich was ist da unten da da geht es doch abwärts wie es da abwärts geht ja hier geht es abwärts würde ich mal sagen aber wir müssen auch ganz offensichtlich darunter also happy nutzen wir unsere möglichkeit was müssen wir denn hier dritter hinweis wird der hinweis erster hinweis und rara rara ich wollte gerade schon umdrehen dabei in die andere richtung fliegen aber rara unten schatz was ist denn hier weit wolltest du besucher so zu empfangen wir was ist das ist also wenn habe ich hier gerade im visier auf den kleinen leiden wird schatz schatz zwei jahre zwei jahre alter okay dann soviel zum schatz mich dahin tatsächlich funktioniert bist du der rara du bist der rara du hast 3,4 millionen ja dann guck mal mal sehen was bei rumkommt was verängstige mich doch einfach dreck sagt als ob so ein hässlichen etwas übergroßer typ hier mir angst machen könnte wenn das so ein quatsch ja und plumpst hier so wenig von dem heilungskram raus bei dem ich mich ja wohl nicht bedrohe hier oder bringt mich in die drühe auch verdammt setzt sich nicht zurück nimmel setzt sich nicht zurück ich komme sofort wieder hoch er kommt runter also ist es ja interessant kommst du kommst du her kommst du fein hast du das gemacht okay er hat dort ein kettchen und das kettchen ist auch gar nicht mal so unschlecht legen wir noch an und warum ist er verstellt jetzt müssen wir wieder runter dafür sind wir hier hoch um die wir noch mal bezauern es gibt ja wohl nicht glänzten da ist das ding was wir brauchen wird da will auch ein hinweis sein gehen wir doch mal drauf zu irgendwo rechts von uns ist der nächste war machst du da in die nase popeln oder an die kisten pullern oder was du da soweit stelle ich mir immer gerne bildlich vor der steht da ist am träumen keine ahnung was er da an der kiste gemacht hat oder auf einmal knall den verdienten wird an den schädel also ich weiß nicht ob ich da direkt losrennen würde ich würde mich erst mal wundern was mich da überhaupt erwischt glaube ich willst du mich verarschen ist euch wieder da hoch ist es ist denn das die possibility dahinten ist ein rara 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 nein wird wird wundert es hat nicht so geklappt horn des hellen schlund ja mit hörner aber ja letzte folge schon ein bisschen rumgespielt da kommt ein bütchen mit einem raren drauf da ist direkt in den dreck gefahren oder sowas der ist aber schnell umgeblümpft ach dass hier ist der rabe ok wo kann sagen da war aber jetzt ein bisschen aber der ordentlich wird darauf hier es sei denn er hat noch ein paar brüder auf dem boot ja da ist noch einer sagt weil ich habe meine krampelein hier war man kommt als nächstes wenn du weg bist greift bestand an bod an das war unspektakulär na gut dann soll mir recht sein da ist ein hinweis ein hinweis und ein blöder und dazwischen was willst du ich habe gar nichts gemacht und du fällst um es ist auch interessant ja wie lud was habe ich gerade gekriegt der rara nichts getroppt ich war gerade am gucken wie ich da am besten durch kann ohne dass ich da alles pulle da sehe ich den haken bringt mich aber nicht so weit da hinten kommt ja nicht dran ja jetzt da irgendwie da hoch sieht einer lagen ich nicht also mal darüber ob von hier ich habe noch keinen haken also mal darüber weil da hoch kommt man ja das ist man ja ein schatz da ist ein schatz ein schatz worte komme ich da dran ja ganz schön lange kämpchen da muss man ganz klar sagen springen vor die füße ich glaube dabei ja da hast du nichts dagegen da hinten war ein schatz da war ein schatz warten wir jetzt ich habe ihn doch gesehen da ich sehe ihn mal eben den schatz von der terrasse ja klaut was da letzter hinweis muss ich jetzt wieder runter damit ich jetzt nicht euer ernst nein du kriegst jetzt qualen indem ich dir nämlich hier meine diversen klingen mal eben durch den ball stieg wo soll der letzte hinweis sein da drin dieses ziel kann ich nicht angreifen das auf jeden fall festgeber sie mal an was die haben fallen lassen sie mal an habe die habe ich jetzt nicht wirklich gerechnet erwartet du hast mich erwartet das hat ja schon mal was ja dann hier guck mal drei quest ok untersucht die schiffswrack drüber ehrung der gefallenen sammelt 8 uhr alte klingen der welt besiegt captain stein secret die höllenschlund warst ja die ich werde ich anscheinend nicht los nur bis später also lange nicht wieder irgendwelche kochkünste von mir haben willst das alles gut hallo und oder hellhund aber da müssten 2l sein wie spricht man besser und man weiß es nicht was das schiffwrack drüber ok ja ich habe alles eingesammelt können weiter machen fliegt wieder alles durch die gegend hier bleibst aber auch echt am aufräumen auch die droppen das ok die hunde will ich nicht ja ok soviel dazu dann halt doch es ist hallo alle drei da ok ich wollte eigentlich zudem empel da auch hier die ich noch trümmer und was wandert der ist ja quasi instant umgefallen ich meine habe ich nichts dagegen aber wunderschön doch ein bisschen aber du auch kommst und ich auch lass das ok da muss ich ein zweimal mehr aber auch nicht so tragisch wenn habe ich da warum habe ich mit einmal tab gedrückt den typen der am weitesten weg steht im visier war ja super hingekriegt ich hätte mich jetzt nicht gewundert wenn die klebe an denen auch noch daran geklatscht wäre sagt du auch kommen ich bin sie waren ja nicht gerade noch zwei aufgetaucht arbeit abgeschlossen das ist ja das ist easy ab was ich für den nebel um dich rum hast du gefurzt ich hoffe mal nicht die füße stinken auch du bist wenigstens nicht so ein muvkop wie dein kollege hier gerade da war ja nicht auszuhalten hallo ich brauche ein ziel hallo na komm mal her ich muss näher bleib mal stehen lasst das was war mal ein netter trick nenne ich war da nur einmal drauf rein so bräuchte ich auch nur nimmst du nur dann immer die richtung was da noch da ist doch was wir gehen in die richtung korrektor das ist der falsche warum ist hier alles verstellt nimmst du auch da ist der captain ach guck mal einer nimmst du mich ist mir auch egal ich hau dich trotzdem rum was immer er da gerade machen wollte ich habe mir gedacht ne und dann möchte man mal was trötet er hat getötet ach das hat er getötet das hat er getötet viel luft und nichts jetzt haben wir wahrscheinlich nur noch ja nur noch zwei von den deppen die wir umhäppeln müssen da ist schon einer der hund bin ich mal gespannt ob der noch hierhin kommt oder aber die wie gemacht kurz bevor er kommt ich habe kein ziel er hat entscheidend die biege gemacht so sieht so aus kommst du hier rüber oder wo ich zu dir kommen ich muss ich muss zu dir kommen und kannst du fliegen ach ach bist du dann wieder hätte ich vielleicht mal drauf gucken sollen naja ach komm warte oh verdammt jetzt ist aber gut hier gerade ist der einfach rumgefallen oder war der dann gar nicht ja ich bin gerade im heilungsmodus da kannst du sowas ruhig machen so okay da hat aber sowas bei auf jeden fall aber dann wieder war oder nicht ist mir jetzt egal du komm her treffe ich dich von hier ja ich bin aus der reichweite arbeit abgeschlossen javier warte manche reitieren javier ich habe fertig ich hoffe ich kann dann ja aber und ich finde das wetter nicht so doll generell finde ich die gegend hier nicht so toll aber wo kann man denn hier hoch hier kann doch wird kann doch irgendwo 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 da hinten hallo hoch da ja na ja hau ab und ja du auch und herrchen kann auch wieder in die hütte gehen hallo habe ich bleib hier ständig überall hängen kann ich hier wieder abbauen das scheiß wetter geht mir auf den sack schatten im nebel oh ich habe gar nicht alle fertig das ist aber doof kannst du nicht sagen kommen jungen das hast du so fein gemacht aber die dritte lassen wir nicht nein okay wo ist denn die dritte ja wenn du meinst trete ich habe keine erst an mein freund ja klar unterseeboot wieder stadt wasser mond hallo hallo auf dem wasser du bist ein wasserläufer hallo ja okay wir sind wieder an land na jungs auch hätte sie mich nicht einfach ignorieren können hallo war du 2 millionen nur gleich keine 2 millionen mehr was kommt da oder was sagen was war das ach so ich hab die finger auf falschen tasten steht man laufe ich gerade so komisch ziel verloren auch eine gute idee du machst du willst doch auch sage ich doch hinter mir hinter mir wo du drei millionen faul auge ach du bist das du stinker warum habe ich kein volles leben was ist denn das für ein scheiß level 90 essen herzlichen glückwunsch 1,1 millionen gesundheit okay ich dachte schon jetzt hätten wir davon zehn stück fressen müssen für das bisschen was da fehlte aber okay habe ich doch gesehen dass du furzen musst aus dem hals jetzt hatte ich nicht gesehen jetzt habe ich nämlich gerade blöder weiß aber hoch auf mein leben geguckt statt hier auf die liste ich will auch wieder hält den wert befällt auch der ist schon tot habe fertig hau ab jetzt wie heißt da secret secret du bist dran okay du willst vorher noch einen da bist du allein zwinge mich nicht zur bewegung ich hatte gerade den cappuccino am hals was ist denn hier wieder los was da tut ja weh trotzdem gut gegangen dein secret secret wo bist du okay ich habe hunde gefunden was ich höre fest also erstmal hunde ja warum hältst du mehr aus als deine zwei kollegen hier was ist das und ich führe fest sieg rett sieg rett du du hunde führer kommen ja du hunde führer kommen kommen oder ich bin nicht so ich habe gerade gute laune weil der nun fällt jetzt um auch wenn du bist vorher umgefallen da sowas so sie könnte ich guck dir mal was dreht sich gerade um macht die ich bin also reichweite ach so ich dachte schon sie hätte auch wieder so wird so würmer und dann unter boden wie der andere täpter gerade nein sie teleportiert oder keine arbeit abgeschlossen war sehr gut habe ich komme ich hoffe ich kann dann aus dieser schlechtwetter gegend hier raus ich glaube da ist noch mehr ich fürchte das gerade so eine ungemütliche gegend hier aber die hintertür auf kann ich hier kann ich hier so ja 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 würde ich sagen doch ihr seid noch nicht stark genug denn der sagt mir das noch mal also wirklich jetzt hätte ich beinahe stoffbeine angelegt ne so aber das hier das war richtig wo habe ich denn die her verdammt hast du einmal nicht auf einmal ja auch verpassen doch wie gesagt ich wollte hier weg und ich komme aber noch mal wieder ja wenn ich verstärker bin blöder sack so viel ist doch gar nicht mehr wo kommst du her hier das fehlt nur noch das ist nicht mehr so viel schlappe 23 prozent nur noch dann sind wir schon 100 10 unglaublich echt unglaublich ist doch richtig ne 109 ja na komm dir auch noch wo müssen wir hin zum hochberg willi mit du lebst noch was soll das erst mal looten bevor man oben war vom donner gerührt ist das hier am hochberg er so ungern so ungern wo komme ich denn hier wieder raus ach ja hier geht um tschüss so so äh 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 bitte guck da ne bin ich aufs dach gesprungen so weit aber auch oh mein na da wie doof müssen wir da wieder so machen ach ich schreibe nie ins ohr und da dran ich bin in kampf verwickelt ja so komme ich von hier aus jetzt hier irgendwie also hier komme ich jetzt wieder runter war so klar kehrt marsch in die richtung geht nicht kann ich hier hoch kann ich hier hoch kann ich hier hoch ja hier kann ich hoch hier muss irgendwo im flugpunkt in der nähe sein da oben ja ist gut tschüss 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 ich würde sagen da geht es hoch ja kaum ist gut ich bin schon halb tot find es dann nicht ein bisschen unfair so so selber schuld selber schuld sag ich dann nur und du ne weil ich gerade gelangt ja ich sag jetzt nichts zur zielfunktion dieses ziel kann ich nicht angreifen auf was waren die umgesprungen da ist ja noch nicht mal irgendwas da ist egal hier nicht da lang und jetzt so leicht rechts und ja sieht so aus da komme ich denn von hier aus in den hochberg so mal fliege technisch so sagt mir der flieger mache ich ja wie du stehst auch überall das ist unglaublich weg mit dem rotz du flieger da haben wir auch noch was ein dorf in gefahr in walschara ok wenn wir ja fast lieber ne vor allem weil wir ja gar keine zubringung haben äh ja fliegen wir mal da nein und wieso gibt es hier warte mal sprecht mit kuren zeit schwarz ein donner tot immer wurde zu der quelle mit tauren am donner tot zum schön großer macht sucht ein verzauberer namens tauren teilen doch gerne oder weiß ich nicht ob tauren so gerne teilen ich bin keiner aber zur verzauber quest tatsächlich 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 in walschara ist auch ne ne ein dorf in gefahr ach bradenbach ach waren wir noch nicht in bradenbach ok ok wo lederverarbeitung wo müssen wir denn da hin rabenwärs wer rabenwärrüstung haben wir auch in walschara ok stimmt rabenwärs in walschara richtig richtig gerade hier sind lande doch mal hier nein ja dieses map ach das war wegen hochberg vor kann sagen warum ist die map jetzt ausgerastet stimmt die hochberg hat ja einen eigenen map bereich da war auch wieder flugpunkt runter runter und da ist eine quest eine quest dann nicht wo habe ich eigentlich hingeklickt hier in sternland zugflucht wahrscheinlich ne das heißt wir sind noch relativ weit weg wäre geschickter tempel von lune dann machen wir diesen hier würde ich sagen warum habe ich post vom post meister das ist interessant hallo geborgener gegenstand zweimal ok zwei graue teile er schickt mir zwei graue teile really ab in die mondgärten warum hat man ja nicht weiter gemacht man weiß es nicht gab da die zuführung dazwischen oder sowas keine ahnung ich habe auf jeden fall nichts dagegen mich noch um den hochberg müssen zu drücken ich bin so nicht so der riesenfreund vom hochberg hochberg ist so ein gebiet wo ich sage hier muss man fliegen können aber das muss aber wäre um einiges angenehmer ja ich denke mal so so und dann auf dem weg da hinten ja ich weiß doch irgendwelche steinchen nach mir ist in ordnung ja es sieht doch alles gut aus auch wenn es hier verdächtig düster wird Das heulende Tal. Oh, Rara, Rara. Du? Nö. Wer ist denn der Rara? Die alte Bärenfalle da. Aha. Warum ist der jetzt wieder abgehauen? Ja, na dann. Komm. Na, du verrückter Bärenfallsteller hier. Oh. Meiner, ich komme wieder zurück. Das war keine Absicht. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich brauche ein Ziel. Ja. Warum der da jetzt gestunt war, weiß ich nicht. Man frage mich ein anderes Mal. Vielleicht weiß ich es das. Äh, wahrscheinlich auch nicht. Ich holte da draufklicken. Hat der jetzt gelacht? Hat er nicht gemacht, ne? Warum schreit der Tick-Tack? Komm, boh, du dich nochmal? Oder was immer du da gerade... Wow. Ich habe kein Ziel. Aha. Da lacht er wieder. Und nochmal Tick-Tack. Bist ein toller Tick-Tacker, ehrlich. Das kann ich nicht angreifen. Hat dir aber nichts gebracht. So, und die Puppe ist ein Spielzeug. Das war mir klar. Okay, ähm, gerade weiter, gerade weiter. Und jetzt wird der Wolf auch wach. Das ist schon wieder ein rarer, mein lieber Gesangsheim. Ich bin nicht euer Feind, Bürgermeister. Ich suche jemanden in der Rabenwehr. Schluss mit euren Lügen, Nachtelf. Ihr bleibt, wo wir euch sehen können. Da ist aber einer ein bisschen skeptisch, hä? So, hi. Ja, hier, so eine Quest, die ich hier abgeben kann. Da kriege ich dann ein Gold 90 für. Danke. Ja, ja, ich bleibe auf der Hut. Na, und du, Kommandant? Das ist ja schön. Ach, weißt du was? Nee, gute Reise nicht. Nee, nee, wir bleiben hier. Ach, da ist auch noch was. Guck mal, da hat auch einer was. Wisst ihr was? Ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und weiß hier in der Rabenwehr weitergeht. Schauen wir in der nächsten Woche. Ciao, oui. Der ist aber schön da.